Möcht ihr auch Chilli Puffer wie ich? Ich zeige euch wie ich das mache. Hallo miteinander, ich bin Yasmin. Die Thailänder streuen gerne Chilli Puffer über ihr Essen. Heute werde ich Chilli Puffer machen und ihr könnt sehen wie ich es mache. Wir brauchen getrocknete Chili, Zitronenblätter, Salz und ein Glas oder Dose zum ausfüllen. Bei Zitronenblättern muss man den Stiel herausnehmen. Falten in der Mitte und den Stiel herausziehen. So, machen wir alles. Die Pfanne vorbereiten. Lege die getrockneten Chili in die Pfanne. In der Pfanne kann ich ca. 200 g Chili geben. Ich brate sie einfach. Warten bis sie heiß sind und drehen sie um. Wetter rehen. Wetter rehen. Und das ist in der Pfanne. Zitronenblätter Warten bis es richtig heiß ist, hin und her drehen Die Blätter kleiner, abrissen Zitronenblätter 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 Z nations Wir warten noch ein bisschen. Wir warten noch ein bisschen. Die Chili in einen Mixer geben, bis full und dann mixen. Ich mixen noch weiter, bis zum nächsten Mal. Und jetzt nur einfach ausfüllen. In Ihrem Glas oder Dose und mit Decke. Der Chili riecht sehr scharf. Wir sollten die Maske an. So, das ist mein Chili. Das brauche ich immer, fast jede Mahlzeit. Das brauche ich immer, fast jede Mahlzeit. Jetzt wir haben, das ist etwas 100 Gramm. Ich mache einmal eine Menge und bewahre es trocken im Keller auf. In meiner Region gibt es kein Chili. Und das Wetter ist auch zu kalt für Chili. Einmal wollte ich es anpflanzen. Aber am Schluss ist es abgestorben. Also, versuche ich nicht mehr, Chili selbst zu pflanzen. Ich brauche Chili jeden Tag. Und das Chili, das ich verwende, ist ein thailändisches Produkt. Und ich kenne es gut. Das ist also meine Abkursung, um einfaches Chili-Puffo in Europa zu bekommen. Wenn ich Chili hitze, werden Bakterien abgetötet. Und das Aroma des Chili wird verstärkt. Auf diese Weise wird Ihr Chili schmachhafter. Und ich hoffe, dieser Tipp ist nutzlich für euch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!